10 Harten von Schülern auf einer Klassenfahrt, die jeder kennt. Nummer 1, die Partymacher. Konrad, mach mal die Nacht durch. Auf jeden Fall. Ja, mach das. Ja, mach das. Ja, mach das. Ja, mach das. Nie wieder. Keine Fresssuchtis mehr. Nummer 2, die Fresssuchtis. Nummer 3, der Ordnungsfreak. Nummer 4, der Streber. Nummer 4, der Streber. Nummer 5, der Oberkuhle. Oh, scheiße, Hundekacke. Nummer 6, der Langreiter. Nummer 7, die Diebe. Nummer 4, der Streber. Nummer 8, der könnte. Nummer 8. Die Smartphone-Affen. Nummer 9. Die Tussen. Oh, gehst du jetzt zur Party? Der DJ, der ist so heiß. Oh, ich find den auch so toll. Oh ja, ich muss noch zum Friseur. Extra für ihn. Ich auch. Oh, schnell. Und zu guter Letzt. Der, der es nicht lassen kann. Oh, ich hab' noch nie probiert. Oh, ich hab' noch nie probiert. Oh, mein Gott ist so toll. Oh, mein Gott ist so toll. Hi, Ladies! Wer will duschen? Ey, das ist doch mein Handtuch! Ey, das ist doch mein Handtuch! Na, das war jetzt so. Das war krass Projektabschlussjahr. Und dann wird es so richtig geblieben. Ratscha, Ratscha! Okay. Kommen wir mal los. Action! Kamera läuft! Action! Also, wir haben uns eine rebirthende Rolle. Noch ein bisschen danke. Ich hab' noch keinen Druck. Ich hab' noch keine Druck. Ich bin' strach. Naja, lass uns mal hier drücken. Das ist doch wohl, Mama. Und dann geht's! Jetzt ist ja international! Ah, du hast du das? Ah, du hast du das? Bis zum nächsten Mal.